In der heutigen News-Folge geht es um neue Richtlinie der FIA, McLaren könnte 30% des Rennteams verkaufen, RTL steigt nach der Saison 2020 aus. Hallo Formel 1-Fans und willkommen zu den News. Die FIA hat eine neue technische Richtlinie veröffentlicht. Diesmal geht es aber nicht um die Motoren, sondern um das Boxenstop-Equipment. Im September wird das eingefroren, um Kosten zu sparen. Alle zehn Teams müssen bis Juli eine Aufstellung ihres Equipments an die FIA übermitteln. Ab Ende September darf daran aber nichts mehr geändert werden. Eigentlich wollte die FIA Standardteile einführen, doch dann hätten die Teams alle neues Equipment kaufen müssen, was wiederum zu neuen Kosten geführt hätte. Laut Sky News denkt die McLaren Group über die Optionen nach, eine Minderheitsbeteiligung an ihrem Formel-1-Team zu verkaufen, um Spenden zu sammeln. McLaren hat besondere finanzielle Probleme während der längeren Covid-19-Pause in den letzten Monaten ausführlich dokumentiert. Im ersten Quartal 2020 gab es einen Umsatzverlust von 175 Millionen Pfund und aus Kostengründen sollen 1200 Mitarbeiter entlassen werden. 70 Mitarbeiter werden das Formel-1-Team verlassen. 150 Millionen Pfund wurden von der britischen Regierung abgelehnt und es gab auch einen Vorschlag, dass sie ihre klassischen Formel-1-Autos und ihre Fabrik verpfänden sollen. Jetzt hat sich jedoch eine weitere Möglichkeit ergeben. Der Verkauf einer Minderheitsbeteiligung an der Formel-1 soll sich in Gesprächen zwischen Beratern und Kreditgebern befinden. Die Minderheitsbeteiligung liegt bei etwa 20 bis 30 Prozent, wobei die Mittel dem Formel-1-Team helfen, die oberen Ränge der bevorstehenden Budget-Obergrenze von 145 Millionen Dollar zu erreichen. Auch das Williams-Team sucht derzeit nach Investitionen, aber sie sind schon einen Schritt weiter, denn es wurde offiziell ein formeller Verkaufsprozess mit dem potenziellen Blick auf den Verkauf des gesamten Unternehmens eingeleitet. Am Sonntagmorgen hat der RTL-Sender bekannt gegeben, dass sie nach 30 Jahren die Formel-1-Übertragung einstellen und sich mehr dem Fußball widmen werden. Laut dem Geschäftsführer Jörg Graf habe sich der Wettbewerb um die TV-Rechte verändert. Der Sender hat erst vor kurzem ein umfangreiches Rechte-Paket erworben. Neben Länderspielen der Nationalmannschaft und der Europa League wird es auch die neu geschaffene UEFA Europa Conference League umfassen. 1991 begannen sie ihre Übertragungen und dort kam auch Michael Schumacher in die Formel-1. Außerdem wird spekuliert, ob der ORF genau wie RTL auch Ende 2020 aussteigen wird, da ihr Vertrag ebenso ausläuft. Der Sender muss 75 Millionen Euro sparen. Der ORF ist eine von wenigen TV-Anstalten, die die Formel-1 bereits seit über 40 Jahren ohne Unterbrechung übertragen. Servus-TV soll ebenfalls Interesse an der Kündigsklasse haben, das ist aber nichts Neues, denn das haben sie bereits seit letztem Jahr. Eine Möglichkeit wäre auch eine Kooperation zwischen Servus-TV und dem ORF, wobei sie sich mit den Grand Prix abwechseln würden. Sie würden erst einmal warten, wie sich der ORF und Sky entscheiden, denn die Marktsituation spielt eine Rolle. 12 Millionen Euro soll der öffentlich-rechtliche Sender an Liberty Media pro Saison zahlen. Kommen wir zu Mikes Meinung. Das mit RTL kommt doch überraschend und ist es für diejenigen natürlich schade, die kein Geld für die Formel-1 bezahlen wollen. Vielleicht kommt ja auch ein Comeback wie damals bei Sky. Vielleicht gibt es ja auch etwas mit Twitch oder Amazon, weil der Mexiko Grand Prix damals von Pete's mit kommentiert und auf Twitch übertragen wurde. Hoffen wir mal, dass es sowohl McLaren als auch Williams bald finanziell besser geht. Gerade in der Covid-Pause kam es bei den Teams zu finanziellen Problemen. Und nun zum Community-Kommentar. Der kommt heute von Fabian Sutter. Er schreibt, Lieber Mike, an erster Stelle möchte ich mich bei deinen guten und wissenswerten Videos bedanken, weil so ein Video ist sehr aufwendig. Du hast auf deinem Zweitkanal gesagt, was du ohne die Formel 1 machen würdest. Könntest du dir auch vorstellen, über die MotoGP zu berichten? Erst einmal Dankeschön für das Lob, so etwas lese ich echt gerne. Leider kann ich mich mit der MotoGP nicht identifizieren, von daher muss ich Nein sagen. Motorradfan war ich noch nie. Ich bevorzuge die Rennserien, die ich in dem Video genannt habe. Wer meinen Kanal noch nicht kennt, guckt mal oben rechts. Das soll es mit den News gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, damit ihr in Zukunft kein Video mehr von mir verpasst. Und denkt daran, liken und abonnieren bringt euch auf den neuesten Stand. Bis zum nächsten Video. Ciao.